Okay, ready. Ja, lass mal erstmal wieder normal spielen hier. Sind wir denn Panzer oder was? Joa. Hier, T90A, ab geht der, Peter. Jawohl. Oh geil, Trophäe. Nice, wir sind richtig gut. Alter, eingeschneid. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Was überfallst du? Was? Hilfe! Das arme Quad. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, du bist nicht zu mir abgefahren. Ich seh das nicht. Drück mal R3, dann kannst du externe Sicht nehmen. Oh. Da war ja was. Ja, erstmal zu A. Och, ist schon eingenommen. Okay, was nehmen wir denn dann? Äh. Kann man hier irgendwie die Map öffnen? Oder? Oh nein, das war ein Screenshot oder sowas noch. Das wollte ich nicht. Tja. Ja, C war. Ja, okay. Oh, fuck das shit. Oh, Walter, Hild hat das Ding abgerissen. Wieder kommst du nicht los. Los jetzt. Rechts, ach ne doch nicht, das ist einer von uns. Äh, nevermind. Wer krachsler hier. Hm. Was ist das denn? Ähm. Ja. Oh, da geht's runter. Da geht's runter. Das hab ich gar nicht gesehen. Komm ich hoch? Das ist unten. Okay, müssen wir auch steigen. Fahr mal zurück, da ist ein Gegner. Ja. Nein, jetzt seh ich den nicht mehr. Jetzt kann ich den nicht mehr analysieren. Ich mach doch gar nix. Ja. Ich schreck mal eben raus. Den besser, ich entspann hier runter. Okay. Okay, na doch, richtig. Ich muss den abschießen. Bin jetzt bei der Flagge. Ja, ich auch. Nice. Was? Du schießt auf mich. Oh, das ist ein Panzer. Oh, ich bin tot. Oh, ich auch. Das war nicht nur ein Panzer. Ja, ein Typ hier war da auch noch. Der hat mich gekillt. Und dann... Oh, der sind so ganz viel drin, ey. Ich bin jetzt bei D. Bei D. Bei D. Bei D. Ich bin jetzt der Genedo. Mit Sniper. Hm, das ist wirklich zu vercheckt. Quicksalp. Äh, was ist noch ein bisschen dran? E? Boah. Sieht gut aus. Jawohl, Sir. Wir attackieren ihn jetzt eh. Oh mein Gott, wer ist da offen, ey. Das gesehen. Da unten ist einer. Auf dem Van. Links. Hab ich markiert. Ja. Ich muss jetzt wegsnipen. Alter, ich muss erst mal da drauf klarkommen. Ja. Da ist auch T4 vorne am Auto dran. Jetzt nicht mehr. Ohhhhhhhh. Kommt ein Heli zu E. Was ist das denn? Eine Wärmebildkamera. Ballistischen Schild hab ich jetzt. Voll geil. Voll geil. Okay. Ich guck mal von oben auf E. Okay, wir haben's eingenommen. Dann guck ich dann. Hey man you need a pickup Ich hab noch so ein paar Fehlproduktionen hier So ein paar Kilos GO! Ah los Okay D sagst du, auf und leise Oh wir werden analysiert Das ist ein Panzer Oh 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 Cooler Job! Oh Gott ey! Fuhl direkt auf den scheiß Platz jetzt! Boah, Alter! Dööö, da ist der Ausstieg! Ohoho, hier ist er an der Hände 6-Bruh! Die hatte so... Chill hier so ein bisschen, alles cool! Ah fuck, hat er mich erwischt! Ich will nicht mehr Snuggler sein! Der hat nur auf mich gewartet! Ich stehe da immer nur, falls du nur lebst! Ja, ich hab's gesehen! Du Albers! Alter! Ich komme nicht weg! I wanna be a D-Ska... Oh ne, warte... Nein! Doch! Battle Pack! AK-12 Battle Pack habe ich... Open it... Open it... Nnennennen... Geil, geil, geil... 25 XP-Boost, was will ich damit? So was gebe ich mich gar nicht mehr ab... Ne... Kann ich wieder zu B? Nicht B einnehmen! Frage ist noch... Haus! Ach, ich spiele weiter mit der AK-12... Alter, von der... links... äh... Haus... äh... ... rechte Seite Haus jetzt... ... kommt auf die andere Seite, wo ich stehe... wo ich gestorben bin... ... jetzt kommt er wieder zu meiner Seite, wo ich liege... ... hab ihn... ... hab ihn... ... ... Danke... ... mit der Medikin... ... ... kein Problem... ... ... ... ... ... ... ... ... Dancen Ja wir haben es uns sicher Alter ich ist ein Bewegungsmelder Jetzt nicht mehr Gebt nicht mehr Lol irgendwas ist da gerade Oh oh Ich bin mich ein bisschen beschossen gerade Beschissen? Was für ein Ding vor mir ist Habe Warte Nein das wollte ich nicht Hey Ja das ist gerade hier Die eine Szene die wir in Armut Kilmer gemacht haben mit dem Kotb im Kreis gefahren Das ist genauso ordentlich das Gefühl Hier ist einer link das mal eben aussteigen Oh lol ich fahre so ein bisschen weit Alter Ok der ist tot Ja dann pack mal hier Weggesniped Alter was ist das? Ach lol da war einer von mir Das sind vier Leute die kommen wieder zu B Ich hab dich noch gesehen Blabo Ich hab dich noch gesehen wie du umgefallen bist Das ist ja von kurz Ok Da kommen jetzt eine Menge Leute zu B Das müssen wir jetzt mal defenden hier Ja wir müssen das machen Ja es ist ja keine Wicke Ich glaub Ich glaub diesmal sind die nicht an diesem Haus Ich glaub diesmal sind die nicht an diesem Haus B wird eingenommen von uns D B Äh Dann Achso das ist ja auch Ja das ist mir einfach aufgefallen Ja oh hinter uns B Ok zu B wieder Da wo so viele Leute sind Und dass wir gerade schon so verteidigt haben Ja genau Links ist ein Er bettelt sich gerade schafft ihr das? Der ist down Aber nicht durch mich, ich hab nur das jetzt bekommen Oh hier ist ein Sniper Ich hab grad nen Sniper Schuss gehört Hab ich gehört Rechts Down 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 Kopftreffer Down 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 Alter ich nehm das ja schon ein Oh da kommt einer von rechts Oh ich hab den nicht getroffen Er jumped voll weg Habe ihn Aber da kommt noch was Irgendwas hat mich da Einfach war das glaube ich Und weiter hinten Naja der steht beim Baum links Ich muss halt mein Headset aufladen Das Mac hat gerade Warte geht Warte geht Warte geht Warte geht Hört ihn mal Versuch's Oh der Baum fällt Baum fällt Warte hin Ok let's get to him Ich bin gerade nicht mehr Ich bin aber noch misstrauisch Wahrscheinlich ist er direkt runter gesprungen Wahrscheinlich vielleicht Wahrscheinlich vielleicht ist er da wo der Typ tot ist Typ tot Menge Leute da dabei eh Echt Ja Da hinten läuft einer weg Mit dem Gewinn Warte 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 Nein unter der Brücke Oben Da War wieder ne gute Einzelne von uns Richtig viele Leute Da weg kommen wir da Arse Oh fuck jetzt hab ich keinen Slot mehr frei Jetzt hab ich wieder Slot frei Gehen wir aber wieder zu D Warte Oh das muss auch zu D gehen Muss mich gerade verkabeln So jetzt Was? Zu D Freunde bin ich gerade gespawnt Ja ich bin hier Frage ist nur woher sind die Motherfucker Da ist ein Sniper Dahinten Hier war ja Brücke Ist auch unten einer Links Zwei Wo ist das? Loll den hat er sogar gefressen Welcher im Tun Noch einer Rechts Ach du Ach du hast ihn Ich hab ihn aber auch einige Male angehedelt Ich hab den Bescheid Ngor Ach Hier Cat Es muss doch sowas sicheres wie wenn die wusste Sniper am ganzen Man policymakers ebenso von dem Berg da hinten Da Ja Da Da kann man Da hinten fliegelt Da hinten fliegbert Der Sniper jetzt schießt P arah Oh Neug. A new�� Wawwaww Ich werde mir nicht schon geben, Astro in Headshot Ich bleib mir mal liegen Von untern auf null Oh, wer hat die Schlagge mir gerade eingenommen? Ich bin da Ich sitze nicht mehr eingenommen Wir sind wohl vom anderen Ufer Einer ist da noch Einer habe ich Okay Dann brauche ich mal einen Medikip Hier Der kommt gekrochen Okay, lass mal Nee, auf anderer Seite nicht Ich würde sagen zu E oder B oder so Wer rechts von uns Schade, wenn man nicht trifft Von hinten ist ein Panzer Lauf, laufen, laufen Steht der da noch? Jo, ja Wut, wut In the butt Okay, das ist down Der ist auf einmal einfach in die Luft gegangen So wie man das halt manchmal kennt Einfach so Ich habe hier M summary Komm durch Es geht bei uns und ist auf einer kleinen hochblanche kind wurde Die sind jetzt eingen Du möchte es wegen uns Es geht bei uns Dann Neagle Disabled, da sind aber noch ein bisschen Holz. Und da ist einer tot. Kommt einer zu? Oh nee, das ist ausgestiegen. Hier piept was. Ach, hier. Warum machst du mich hier? Warum träffst du mich hier ein? Oh, links, hol. Ja, das kriegst du dafür, dass du mich einsperren willst. Er hat die Tür aufgemacht. Jetzt hat er zugemacht. Jetzt hat er sie aufgemacht, jetzt ist er tot. Das war da sogar der Typ. Du kannst mich wiederbeleben. Ich wollte dein Kit nehmen. Ich brauche mehr, nicht mehr. Ich kann da nicht. Jetzt kann ich. Da. Sieht das schon hoch? Oh, der ist runtergerutscht. Bleib hier. Da kommt wieder einer, von der Straße. Oh Gott, leer. Ja. Alter. Sniper. Hinter dir, hinter dir. Jetzt kein Sniper. Ich hab nicht mehr viel Munde. QWW, Junge, ist das nicht? Shortplinte? Nee, das ist ein MP oder sowas. Karabiner. Ja. Ja. Komm, Short. Ist angehittet. Man, mit der Dickel treffe ich den auch nicht. Jetzt aber. Ich hab immer noch keine Arbeit. Ich hab immer noch keine Arbeit. Ich war gerade im Nachladen. Direkt da raus. Der kommt auf deinen Waggon, glaube ich, zu. Ja, ich sehe es. Ich treffe den doch gerade nicht. Jetzt ist er doch tot. Ich hab immer dein Kid hier. Was hast du denn so dabei? Erstmal zu machen. Ich hab eigentlich nur Nachladen gedrückt, aber okay. Okay. Erstmal zu machen. Tür schließen. Jetzt mal Tür schließen. Na, jetzt mal ein bisschen Privacy hier. Ne. Und jetzt? Der Plan. Jetzt warten, weil man dann die Tür aufmacht. Geiler Plan. Ah, ne. Ja, wir können doch uns bewegen, wenn wir wollen. Hey. Oh, du bländest nicht. Oh, guck mal hier. Ich bin jetzt Medic. Weil bei mir stehen wir noch mit dem Schraubenschlüssel da. Ja, ich hab halt das Kid von dem aufgenommen. Oh, hier stürzt was ab. Ja, hutsch mal, Alter. Boah, Alter. Kann ich nix gegen machen. Lass mal Richtung D latschen. Da haben wir hier. Einen farbenbaren Untersatz haben wir auch. Oh, die Flagge hat gerade reingenommen. Panzer. Geht da nicht hin? Tja, hätte ich jetzt mal einen Afidji. Er ist ein bisschen weggefahren. Fliehen. Wenn der das Quartier nicht sieht. Go. GOOOOO! Oh, weg hier! Wir haben's geschafft. Wir sind zwar feige Stückchens, aber egal. Wir leben noch. Da läuft einer. Wie ist er nicht gerade? Da kann auch sein. Ich hab geguckt. Hallo. Boah, okay. Da kann's sein. Ich muss mal aussteigen. Links ist einer. Oh, der ist immer noch. LOL. Da ist ein gegnerische Alive. Alter. Mit unserer Willenskraft können wir den bestimmt in die Knie zwingen. Und was mach ich jetzt? Der ist ausgestiegen. Jetzt hab ich den. Der ist da noch. Der ist links von dir. Der hat da was dran gepackt. Ja, ich bin ja schon ausgestiegen eigentlich. Don't worry, I got this. Ich seh dich. There you go. Oh, ich hab die der besten Alive. Jetzt sind wir gerade auf den Weh angekommen, jetzt haben sie es eingenommen. Egal, wir haben ja noch ein treues Quad. What? Da es ein bisschen kaputt ist. Bisschen. Quad. Bisschen. Da ist einer. Reino. Da ist aber noch einer. Ja. Oh, ich hab einen getötet. Oh, da war der. Oh, hier ist noch einer bei mir! Nice. Oh, da war hinter mir noch einer. Man, ziemlich badass. Ich bin da reingefahren. Du hast sogar einen von dem fucking fucking kill. Ja? Ich hab einfach geschossen. Ey, ich hab ein Heli. Awesome. Du weißt du nicht mehr wie war. Den fliegt. Doch, kann ich. Ich hab nichts getroffen. Oh, oh. Oh, wo kommt das? Ich glaube, das sind andere Hubschrauber, oder? Wirklich. Ich hab eine Flasche benutzt. Au, au. Wenig Energie, kritischer Schaden. Au, au, au. Was ist das? Doch, das ist hier links. Ein Jet. Lass mal rausspringen jetzt. Okay. Jetzt. Da kommt einer. Da ist einer, da ist einer. Da ist noch einer. Oh, snap. Oh, snap. Ich geh nicht hoch. Hinter uns. Hinter unserem Baum. Oder hinter mir am Baum. Ja. Weggestiped. Okay, war vielleicht doch jetzt nicht nur die beste Idee da auszusteigen, aber ey. Sonst haben wir gestorben in dem Heli. Jetzt? Jetzt. Ach, bist du hier? Ja. Wo sind wir? Bei D. Da oben sind die Lokale. Wir nehmen hier irgendwas, nehmen wir ein. Ja. D. Oh, hier ist ein LFI. Nehmen. Kann ich einsteigen. Ach, das ist eine Flak. Ah. Loll. Ja, da bin ich auch nicht mehr. Hinten auf dem Hügel. Loll, alter, der nimmt den Heli. Oder? Der darf ich nicht. Ne, warte, wie schieße ich? Mit R2 wahrscheinlich? Oder R1. Weiß nicht, welche Steuerung er hat. Ah, meine ich ja. Haha. Erstmal hier, call-out, so. Da sind welche bei uns, oder? Nein, nein. Da sind sie. Was ist denn? Kann ich auf dich. Okay. Ein Hubschrauber. Wieso kann ich da nicht einsteigen? Ich glaube, der Expo... Oh, nein. Doch, ich bin drin. Jetzt bin ich auch drin. Ich glaube, der Expo... Ich glaube, der Expo... Ah, nein. Ich dachte, ja, weil ich nicht einsteigen konnte. Oh, Entschuldigung. Lass mal wieder rausspringen jetzt. Alles klar. Ah, raus. Schon geil, wenn man so ein unendlich Fallschimmer dabei hat. Der Hubschrauber hat mich auch geschossen. Du bist ein bisschen low, ja. Low, 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 low. Oh, ha, ha, ha. Kommt einer. Au, von rechts. Woa, ha, ha! Links auch. Rechts auch. Ja, ha, ha. Du bist mein Kack, ey. Ich hab den zwar getroffen, aber du hast den erledigt. Mein Magazin war leer. Kam mir ein bisschen dumm vor. Alter, Medikit-Medal, Junge. Das gibt richtig fett Bonus mit 200er. Das stimmt. Oh, hier kann man rein. Gut. Uh. Warte auf mich. Please wait, man. Kann man hier auf CD raus? Ich bin hier irgendwo drin. Gut, ich auch. Das piept. Das piept. Nein! Ich bin tot. Ich muss aufmachen, ich muss den wieder beleben. Mann, du bist ein Arsch. Ha, 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 ha. Das war wohl... Man sieht die theoretisch über mir zerquetschen. No, ha, ha, ha. Richtig brutal, das Spiel. Das muss aber auch richtig sein. Leute, da kommt Quatt Das rollt einfach auf dich zu, dieses Quatt hinter dir Das kam gerade von da oben Ich glaube, da ist wer Ja, da ist er Tot So, nehmen wir das Quatt, wa? Quatt So, dann bedanken wir uns und sagen ab dafür Oh, lol Alter Komm ich raus? Ja, schafft das Ding Links ist ein LAV, links ist ein LAV Los, 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 los Hol ihn dir Das ist Spiel, das ist noch die Schlag Ich repere dich trotzdem Da ist auch irgendwo rechts ein Heli Aber den sieht man gerade nicht Wicht er sich langsam Dann nehmen wir wieder das Quatt Quatt Nein Wieso hast du das so behindert langgefahren? Okay, Mission Impossible und Mario andersrum gehen hier Ja, erstmal von der... Oh, hier kann ich auch nicht hin Das ist ein Tank, yo Ja, da kommt irgendwie Ah, hier kann man rein! Oh, da ist einer! Ich glaube, da ist noch einer Ich habe Dennis getötet! Panzer, pass auf! Nein, der hat gerade seine Panzerung aktiv Dann würde ich ihm in den Bat schießen Ach, kannst du jetzt wieder? Ja, ich bin ja, ich habe ja nicht mehr das andere Ich bin, äh, get Ich bin in der Miene Der ist ausgestiegen Von unten kommen zwei von, wo wir gerade hochgelaufen sind Gott Ich bin tot Stand direkt hinter mir, der steckt direkt auf meiner Leiche Na gar nicht, ich bin in der Miene What? Spielst du Minecraft? Oh, von hier nimmt man ein Ich bin hier, wo wir nicht Null Duptiduptidu Duptidu Duptidu Geh, Alter A, B, C, D, E, F Geh Oh, wir losen gerade Oh, ist er Okay, tut Da könnten noch mehr kommen Da kommt jetzt auch einer Der hätte, glaube ich, gleich runter So, nein Draußen steht einer Ah, da ist Oben drauf sind die noch Ja, da lässt sich ja viel runterfallen Also, ich würde aufpassen Bist du denn? Du bist da rausgekommen Ich bin draußen Aber ich komme jetzt gerade irgendwie nicht hoch Das ist hier zu steil Ich, äh, such mal einen Weg Oh, nächstes Wornbie Haben wir das auch mal gemacht? Alter, der kam ja da runter Mit der Schrotze Hinter dir Hab ihn War der das? Ja Joa Ist mir vor die Fresse gerutscht Und hat mir einen reingedrückt He Ich hoffe doch Ich hoffe Der appears to be a machine gunner Der appears to be a machine gunner Oh, wo sehen denn die machen was Und jetzt gerade auch eine Flagge Ja, hier Messerding gerade Ja, hier Hab ich sogar gespottet Bei mir so Der Messerding gerade Ja, die sind in der Mine noch Oder Ja, weniger als zwei Weil sonst würden wir es nicht einnehmen Du das Uh, von hinten 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 Ja, jetzt bin ich schon unten Okay, äh, ich komme runter Äh, schaffe ich nicht mehr 2 Stück Lol, der Typ mit der Shorty Mit der Shorty Haha Ja, die Shorty genau Die Shorty K12 Die, äh, 2 B Die haben hier aber E hat mich auch erwischt Hm Schnell das B noch mal eigentlich Na, okay Nein, jetzt bin ich von Arkespawn Oh mein Gott Ich drücke aber einfach mal zu viel auf dem rechten Stick Ja, weil das ein bisschen verzögert, ne? Boah, hier ist was kaputt gegangen Dennis Hier ist die Decke eingestellt Ja Ich glaube da muss man ein paar C4 drauf facken oder sowas Ja, aber auf jeden Fall Vorhin sind wir da noch so durchgelatscht Jetzt ist die ganze Decke im Arsch Das ist ein Jett Dennis hat mich vergetötet Bist du denn? Ah, was machst du denn bei A? Ähm Keine Ahnen Keine Ahnen Pick me up, man Zu den Äh, A Warte Mal kurz zu steigen Bei A Immer noch Ja, ich komme Hier bin ich Ey, das geht nicht so wie bei GTA Oh Scheiße Da ist irgendwo einer hier auf der Flagge Ah, ich muss ab Rausspringen Hab ihn Da ist aber noch einer Ja, äh, ich hab keinen Hubschrauber mehr Ja, hat sich auch nicht so angehört als hättest du noch einen Ich muss rausspringen, ja Und da ist der Hubschrauber hinweg Ok, wir haben die aber gekillt Was ist getötet? Ah, so ein zwei Äh, einer nicht angeschossen Wir werden ein Quad Quuuuut Oh, das ist ein richtig knappes Match gerade Ok, dann lass uns zu A?E oder so Ja Ja, oder halt das verteidigen was wir gerade haben Nein Ok Was ist botting? Ich guck die ganze Zeit nach vorne und spotte Nicht dass wir wieder einen Minen reinfahren Ok Was ist das? Wahrscheinlich Heli Ja, Heli Nein Nein, da ist einer Oben Wo? Zwei Stück oben auf diesem Auf dem Berg Und Kommt jetzt einer runter Oh Gott Ah, scheiße Bei den, wo die Quads stehen, egal Ja, ich bin tot C Ich bin auch bei C Müssen wir jetzt aber verteidigen Der hat unser Quad geklaut, Arschloch Wann, Mongo Ups Wo ist der? Wo ist der? Irgendwo Irgend Ah, ich bin tot, der ist auch tot Hat mich wiederbeleben? Ne, ich bin den Weg nicht What? Nein Äh, hab ich nicht, bis ich hier war Ich spawn bei A, weil das gerade eingenommen wird Müssen wir hier jetzt verteidigen Ein bisschen T-Play Im letzten Partikel Ja, kann ich nicht, ich bin doch bei C Ja, ich weiß, das ist ja auch gut so Hold your positions, hold your Ich muss mal zu F vorzunehmen Ob ich das irgendwie schaffe Das schaffe ich Ach ja Das kann ich Was haben wir hier denn? XD1 irgendwas Ach Tod Äh, Penner hat da gewartet Äh Wie steck ich denn? Ich hab keine Ahnung Warte Ich hatte gerade so eine Drohne Und ich hatte keine Ahnung Wie man aufsteigt Wahrscheinlich mit X oder sowas Wir haben eine Drohne platziert Aber dann wusste ich nicht weiter Ich wusste nicht, wie man die Ich wusste nicht, wie man die Ich habe geschossen Division 4 Carabiner, Deutschland Level Up Level Up Und das ist immer noch angezeigt Wenn man die einzelnen Waffenkategorien voll hat Dass man da noch Punkte mitgebracht hat Ja Und dann irgendwie nicht Bäm, Junge, Points Points back Zusätzliche Punkte Du bist gerade Vierter wieder insgesamt auf dem Server Wow, dritter Nicer Scheiß Dritter insgesamt Aber diesmal bist du leider nicht positiv Scheiße Aber natürlich positiv gestimmt Also Weil wir gewonnen haben Fuck you Setz dir mal die Präferenzen anders Der Sieg ist wichtiger als alles Okay, Einmatch machen wir noch Bei Berti wäre schon vor einer halben Stunde gegangen Boah, jetzt wissen sogar alle noch wie spät es ist Wenn zu kombinieren Nicht nur warten wir es auf